Nach drei Wochen voller Abenteuer im Dschungel wird es endlich spannend. Theresia Fischer und Patricia Blanco kämpfen im großen Finale der Reality Queen 2024 in einer aufregenden Schnitzeljagd durch Paramaribo, die Hauptstadt von Suriname. Theresia, die für die Pink Piranhaus antritt, liefert sich ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Patricia, die für die Green Geckos kämpft. Am Ende setzt sich Theresia knapp durch und sichert sich das Preisgeld von 29.000 Euro sowie eine goldene Schlangenkette und eine Tapir-Trophäe. Emotionale Momente nach dem Finale. Theresia ist überglücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Titel Reality Queen mit nach Hause nehmen kann. Patricia, die als faire Verliererin auftritt, gesteht, ich bin enttäuscht, aber ich gönne es Theresia. In der letzten Nominierung mussten Vanessa Nwatu und Jolina Karabas ihre Koffer packen. Vanessa ließ keinen Zweifel daran, dass sie Sandra nicht mag, während Jasmin Herren Jolina hart kritisierte. Der Streit ging unter die Haut. Verpasst nicht die emotionalen und dramatischen Momente des Finales jetzt auf unserem Kanal.